Hi Leute! So, wir machen hier jetzt weiter. Ich weiß nur nicht, wo wir zuletzt gespeichert haben. Es hat sich ja aufgehängt wieder. Und jetzt muss ich mal nachschauen, wo wir waren. Äh, okay. Den Geheimen, glaube ich, haben wir noch durchsucht. Und dann haben wir hier gespeichert. Kann das sein? Ich glaube schon. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Äh, also hier raus und gegenüber. Vielleicht kommt, vielleicht finden wir ja jetzt was. Das ist ja alles random, glaube ich. Also zufällig. Ähm. Von dem her könnte es ja sein, dass wir jetzt etwas finden, das wir vorher nicht gefunden haben. Also hier zumindest nicht. So, die Goblins hatten wir vorhin auch. Och, der hier hatte 18 Gold. Und einen Buckler, den brauchen wir nicht. So, ich will erst geradeaus weitergehen. Da kommen wir eh nur in die Küche. Wow! Warte. Ich will die ja looten können. Ein Stab. Irgendwo ist noch... Wow! Wo kommt der plötzlich hier echt? 45 Gold. Und der da? Gar nichts. Schade. Ähm, so. Hier, schlafen wir mal neben dem Küchenmesser. Konkurrentiert auch gut. Neben dem Küchenmesser schlafen. So, ich glaube, das hier war dann... Da war es nur ein kleiner Raum, wo es zu ist, oder? Ich glaube schon. So, dieses Mal muss ich auch mehr aufpassen, wenn dann plötzlich mein... Mein Schwerk kaputt geht. Dass ich... Das ich dann nicht mit der Hand angreife. Sonst haben wir wieder ein Problem. Ein Däger. Sonst noch wo war's? Ach, die ganzen Orks, die sind praktisch aus der Küche gekommen. Wo-ha! Gekommen. Leute, der letzte Schlag mit unserem Schwerterling getötet. Wo ist er denn? Wo ist es dann? Hier, unser Daikatana. So, droppen. Ja. Wenn ich was Neues gefunden habe, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube... Ne, wir haben... Müssten das eigentlich alles kontrolliert haben. So, was ist denn jetzt das Beste? 2,16, 2,18, nehmen wir mal an dabei. 2,16, 4,18. 1,6, 1,8. Also, wir haben viele Notfallwaffen, äh, Ersatzwaffen dabei, äh, für den Fall. So, da ist unser Kaputtes. Ja, wir müssen das Schwert ja noch ziehen. Ich speichere mal. Ach genau, ich habe ja vergessen, äh, ich wollte ja jetzt mal den zweiten Speicherstand auch speichern. Am Anfang der Aufnahme. Das mache ich jetzt hier mal. Muss ich mir auch erst angewöhnen. So, hier haben wir dann... Genau, da sind wir dann hier. Aber ich würde so gerne mit der Karte rumfahren. Geht aber leider nicht. Egal, jetzt suchen wir noch das hier alles und dann haben wir eh nur noch das, äh, Teil da links. So. Eine Ratte, die nichts hatte. Hey, reimt sich. Noch eine Ratte, die nichts hatte. Hm, gefällt mir. So, dann wo bin ich hier jetzt reingegangen? Ah, okay. Da will ich aber noch nicht rein. Da will ich auch noch nicht rein. Wo bin ich hier? Von wo... Ah, hier. Okay. Tisch direkt vor der Tür. Praktisch ist er jetzt hier nicht wirklich, sondern eher hinderlich. Wow! Warte. Ich will ja jeden von euch looten können. Ha, zwölf Gold. Ähm. Ja gut, die Tür haben wir schnell auf und dann gehen wir da rum. So, die Tür war hier, oder? Ja. Äh, toll. Da stand, ich brauche... Äh, äh, äh... Es würde eine Herausforderung sein, das aufzumachen oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Challenge. Und ein Schlagoffen. Hallo Goblin. So. Ein Stab. Und... Nichts. So, der andere. Auch nichts. So, gehen wir erstmal wieder außen rum. Vielleicht finden wir hier irgendwo versteckte Goblins. Also irgendwo höre ich zumindest schon mal einen. Nein! Ich wollte doch gar nicht ins Wasser. Okay. Und wo war der jetzt? Hm. Vielleicht hier auf der Seite? Sieht nicht wirklich danach aus. Nein. Dann gehen wir jetzt... Das ist die andere Seite, oder? Ja, hat fast ausgesehen, als wäre es noch eine zusätzliche Plattform. So, hier ist doch irgendwo... Da ist der Schlüssel. Genau, zu weit weg. Noch zu weit weg. Jetzt! Der Eisenschlüssel. So, das speichern wir natürlich. So, Karte. Jetzt hätten wir hier alles. Es geht jetzt wo weiter? Ja, eigentlich nur noch da links. Das heißt... Ach, Moment mal. Nein, das Schlafzimmer von dem Typen haben wir ja auch noch. Gehen wir erst mal zum Schlafzimmer von dem Typen. Wow! Ein Stab. Wo kam der plötzlich her? Was? This... Äh... This lock looks... To be beyond your skill... Was? Das Schloss ist hinter meinen... Das zeige ich dir gleich. Also, das Schloss kann ich nicht öffnen, hieß es. Weil ich nicht gut genug dafür bin. Meine Fähigkeiten würden nicht ausreichen. Von wegen. So. Hier ist auch wieder, ähm... Die Fähigkeiten... Äh... Der Raum erscheint... Im Gegensatz... Was? Hm. Der Raum erscheint halt, äh... Sehr... Naja... Beschädigt zu sein von Wasser und zwar. Ah, das war dieser Geheimgang da. So, speichern wir nochmal. Safe Game. Wofür brauchen wir eigentlich den Schlüssel, wenn wir ihn eh nicht benutzen? So. Jetzt können wir auch jeden einzelnen looten. Der hier hatte 18 Gold. Und das war's. Der hier... Komm schon. Nichts. Der hier... Auch nichts. Was ist mit dir? Sechs Gold. Wenigstens etwas. So. 28 Gold. Ja, diese Tour war das erste Mal, wo es dann aufgehängt... Wo sich das Spiel aufgehängt hat. Ein Kriegshammer. Boer Heimer hat 3 bis 18. Unser Dwarfenschwert hat 4 bis 18. Ist besser. So, sonst noch etwas? Nein. Nein. Da schlafen wir doch mal im Bett von dem Typen. So, 2, 3 Stunden gehen schon. Ah, sogar 4. Pennen. Äh, äh, Speicher meine ich. Nichts. So. Jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir da links lang. Wir könnten hier jetzt so rüber. Und dann den ganzen Weg da links lang. Okay. Machen wir. Ähm, Moment. Da muss ich springen. Scheiße. Springen hilft nicht. Äh, ist zu hoch. Da müssen wir doch den ganzen Weg so rum. So, ich hoffe, hier kommen jetzt keine Vieche. Sonst ist es schrecklich. Ah! Scheiße. Nicht wieder. Genau das habe ich mir nicht getan. Ich dachte, ich renne jetzt rum in dem, in dem Gedanken, das sind keine Viecher mehr. Keine Monster. Und plötzlich steht da eins. Ah, es wäre cooler gekommen. Hä? Es wäre cooler gekommen, wenn ich es vorher fertig geredet hätte. Und dann so 3, 4 Sekunden Pause. So, ich muss hier lang. Und jetzt? Ah, 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 ah. Da, okay. So, auf der Karte war das hier, hier, hier und hier. Richtig. Wow! Nein, jetzt sind da zwei übereinander. Kriege ich ja wieder nicht. Irgendwo häng ich. Jetzt. Okay. Gut, gehen wir mal da rüber und ins Wasser. Habe ich das jetzt geschafft? Egal. Ähm, denn hier haben wir ja auch noch nicht alles erkundet. Das machen wir jetzt erst einmal. Was ist das? Okay, hier schaut es gut aus. Hier auch. Ich schätze auch gut aus. Karte sagt jetzt, dass wir das hier schon durchsucht haben. Aber das da noch nicht fertig. Also gehen wir jetzt da rüber. So. Da müsste es eigentlich nach oben. Wahrscheinlich muss ich da rüber und von dort aus den Weg gehen. Ja. Okay. Ach, das war das. Schon wieder. Ach, es geht zum Glück nur hier weiter. Was sagt die Karte? Wir sind jetzt... Ah, okay. Da sind wir. Dann würde ich doch gerne mal wieder speichern. So. Hier ist nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Finde ich sehr gut. Gehen wir da rüber. Okay. Hier haben wir nichts. Unser Bogen ist, glaube ich, kaputt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, den haben wir sogar schon abgelegt. So. Das ist... Genau. Das ist das da. Ne. Darüber kommen wir dann wieder raus. Egal. Gehen wir mal da rüber hin. So. Ich will nämlich... Äh. Kann es sein, dass es bloß wieder... Ja. Das war bloß wieder... Ach. Nee. Weiter vorne. Tatsache. Hier. Aber das war's auch. Hier geht's auch nicht weiter. Speichern wir. Die kommen ja hier nicht hin. So eine Brücke hatten wir beim ersten Mal aber nicht, oder? So. Jetzt komm schon. Ja. Geh killed. So. Dich auch. Komm schon. Haha. Och man, die hatten nichts. Ja. Irgendwo ist noch einer. Da drin in der Mitte ist, glaube ich, noch ein Ghoul und ein Ziglett. Kann ich da rein? Nee. Hey, da liegt einer. Nur ein Gold und eine Mark. Was macht denn die? Wir haben zu viele Sachen dabei. Äh, elf Charges, 13, wahrscheinlich nicht so gut. Ich habe mich übrigens entschlossen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ah! Uh! Nein! Uh! Die Brücke, die Brücke, die Brücke, die Brücke. Uh! Kann ich hier? Ja. Boah! Pinch! Boah! Ach, genau. Ich hatte mich dazu entschlossen, oder ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass ich mir die Sachen jetzt doch behalte, aber dass ich schaue, dass ich die behalte. Boah! Der hat gar keinen Schaden gemacht. Finde ich cool. Dass ich die behalte, die mich heilen, oder so. 80 Gold. Das ist super. Äh, nichts. Hm. So, hier haben wir drei Gold. Plattenstief auch nicht, aber ein Langschwert. This item will encumber you. Okay. Dann haue ich jetzt mal alle doppelten Sachen raus. Zum Beispiel den hier. Und den hier. Und den hier. Und ich glaube, einen haben wir noch. Nein, haben wir nicht. Aber den hier können wir droppen. Die ganzen Dagger. Ich hätte nicht gedacht, dass wir, äh, tatsächlich noch voll werden, vom Gewicht her. Vor allem, weil wir den Dungeon ja schon fast fertig haben, eigentlich. Aber naja. So, Sybilla. Okay, das war's.